Also wir haben jetzt gerade unser Treffer gehabt im Braummeister, alle Teams sind hochmotiviert, alle Redner sind ein bisschen unter die Kopfhaut heiß auf die diesjährige Tour der Büt. Und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr wie die letzten drei Jahre auch wieder ein Riesenkracher wird. Und ja, wenn es läuft, läuft es. So, Klappe zu. Ich bin schon gut angezogen. Ich bin schon gut angezogen. Zum 5. Urthanssee gibt es Cocktailklamotten. Und obens zum Dinner ist es geboten, als Dame in Abendkaderoben zu speisen, zu kehren ja nicht zu den besseren Kreisen. Ich sah meinen Traummann in der Stadt, von der Sohle bis zum Scheiten. Nur stundenlang braucht der im Bad. Der war mir halt zu eitel. Doch ernstes ist wahr, die größte Flasche stehen meist vor der Bahn. Ich kann dir euch sagen, das sind vielleicht Typen, kaum drin gesehen, schon sind sie am Kippen. Da bin ich in mein Element und stehe gleich in der ersten Reihe. Nach einer Stunde Bewegung mit Becken. Becken. Wir sind total nass geschwitzt. Wir sind total nass geschwitzt. Mehr habt ihr total gemacht. Und morgen lassen wir da auch was an. Hat mich der Schwarz ganz vorwurfsvoll angebrüllt. Sind Sie nun verrückt oder bin ich es? Hab ich gesagt, aber Chef, ein Mann wie Sie, wer doch ge verrückte Mitarbeiter einstelle. Und auf die Übersprache drei-fach hoch, ja, hol ja, hol ja. Und auf die Übersprache drei-fach, hey, sau, hey, sau, hey, sau. Und auf die Übersprache drei-fach, zige, 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 ho, go, go, go. Tag, 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 Tag